... ... ... ... Okay, welches wollen wir zuerst machen? Das ist was Frau Küsum, genau. Wie geht denn zu dem? Ich will kurz rein. Der Fischer sagt zu seiner Frau, wir brauchen Fisch. Ich fahre raus in der Nacht. Hat er Glück, kommt mit vor dem Netz zurück. Das Fischersfrau deckt den Tisch, freut sich auf den frischen Fisch. Preis das Tageslicht einsetzt, sieht man nur Müll im Fischernetz. Du machst jetzt. Du machst jetzt. Dieses süße kleine Lied. Zeigt uns wie die Welt aussieht. Jeder weiß uns und macht mit. Und es ist Zeit für einen Schritt. Der Fischer sieht und kennt den Fang. Es ändert aber nichts daran. Zum Frühstück gibt's kein Tier mit Schuppen. Dafür lecker Tüten zu hören. Dieses Fischersfrau verbindet die Schürze. Mischt Wasser, Salz und paar Gewürze mit frischen Tüten aus dem Meer. Beim Pürieren macht das was her. Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt. Jeder weiß mussten. Jeder weiß es und macht mit. Es ist Zeit für einen Schritt. Haben Augen, um zu sehen Haben den Kopf, um zu verstehen Haben den Bauch, um zu entscheiden Supergau, können wir vermeiden Haben Augen, um zu sehen Haben den Kopf, um zu verstehen Haben Herzen, die nicht ruhen Wir haben Hände voll zu tun Vielen Dank 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 Vielen Dank